Dieses Unterfangen ist schwierig für mich, aus mehr als einem Grund. Die Natur von Star Trek Online als MMO bringt einige Eigenheiten mit sich. Der inhaltliche Umfang ist selbst für eine anderthalbstündige Analyse wie die, die ich zu Das Erbe der Könige gemacht habe, viel zu groß. Und wer mein Content der letzten Jahre mitbekommen hat, weiß, dass hier nichts oberflächlich gehandhabt wird. Dann kommen Fragen nach der ethischen Vertretbarkeit seines Geschäftsmodells dazu. Wie so viele Spiele seiner Art enthält auch dieses Lootboxen und durch seine Altersfreigabe ist diese Form des Glücksspiels auch Minderjährigen zugänglich. Von den übrigen Manipulationsstrategien von MMOs ganz zu schweigen. Gene Roddenberry war keineswegs der heilige oder das unfehlbare Genie, zu dem manche Fans ihn machen wollen, aber bei Glücksspiel für Kinder hätte er sicherlich und berechtigterweise eine harte Grenze gezogen. Wenn ihr das anders seht, würde das jedenfalls auch nicht für ihn sprechen. Was mich angeht, kam mit dem Erwachsenwerden auch der Punkt, an dem Zeit viel zu kostbar wurde, um sie Spielen zu widmen, die weder Zeit noch Geld ihrer Spieler respektieren. Und so kam es, dass ich diesen Spielen vor fünf Jahren in den Rücken kehrte und mich bemüht habe, nicht zurückzublicken. Inzwischen betrachte ich sie als das Gaming-Gegenstück einer toxischen Beziehung. Es mag Zeiten geben, in denen man sie vermisst, aber Fakt ist, dass man immer nur ausgenutzt wurde. Jedoch ist auch nicht zu leugnen, dass Star Trek Online relativ still und heimlich einige beachtliche Leistungen vollbracht hat. Immerhin war es fast ein Jahrzehnt lang die einzige offizielle Fortsetzung der Prime-Zeitlinie abseits des Novelverse und hat dabei sogar eine Enterprise hervorgebracht, auch wenn PK Staffel 3 nicht gerade sehr wertschätzend mit ihr umgegangen ist. Und eine Sache unterscheidet dieses Spiel von den übrigen Ablegern des Franchise. Titel wie The Fallen, Elite Force oder Armada könnt ihr auch jetzt, über 20 Jahre nach ihrem Ursprünglichen erscheinen, noch größtenteils genauso oder durch Fan-Patches und mods in verbesserten Versionen erleben. Natürlich müssen Kompatibilitätsprobleme überwunden werden, aber die große Hürde war der Sprung auf Windows XP und danach auf Vista. Seitdem sind neue Windows-Versionen intern ähnlicher oder zumindest mehr auf Abwärtskompatibilität konzipiert. Wenn ihr ein Spiel auf Vista lauffähig bekamt, stehen die Chancen gut, dass es auf Windows 11 genauso möglich ist. In den letzten Jahren ist es im Grunde also sogar einfacher geworden, da mehr Workarounds gefunden oder entwickelt wurden. Aber Star Trek Online wird dieses Schicksal nicht teilen. Zwar ist nicht auszuschließen, dass sich Privatserver etablieren würden, aber in seiner offiziellen Form wird dieses Spiel irgendwann verschwinden. Und seinen Zenit hat es bereits hinter sich. Es ist bereits klar, dass es keine Erweiterungen im Maßstab der vier Großen mehr geben wird, also könnte dieser Moment durchaus noch in diesem Jahrzehnt liegen. Und schon als ich das Spiel letztlich liegen liest, war deutlich, dass es nur noch von Wünschen und Träumen einzelner Entwickler zusammengehalten wurde. Eines der Alleinstellungsmerkmale des Spiels, seinen Missionseditor, der es den Spielern über Jahre ermöglichte, eigene Handlungen zu schreiben und zu erzählen, verloren wir bereits 2019. Und damit durchaus einige hochwertige Geschichten. Der Plan ist also, einmal alle Story-Missionen inhaltlich und spielerisch durchzugehen. Bei Gelegenheit werde ich auch, soweit es mir möglich ist, auf entfernte oder seit Release veränderte Missionen eingehen. In früheren Jahren hatte SDO zum Beispiel einige eigene Charaktere etabliert, die im Laufe der Zeit durch ihre Gegenstücke aus den Serien ersetzt wurden, wenn der jeweilige Schauspieler als Synchronsprecher verpflichtet werden konnte. Wir werden außerdem bei fassender Gelegenheit die Kampfzonen und Taskforce Operations besuchen. Jeder Handlungsbogen erhält sein eigenes Video. Wenn ihr dieses hier unmittelbar nach Release seht, müsst ihr euch also vielleicht noch etwas gedulden, aber in der Zwischenzeit gibt es schon Reviews zu einigen der alten Star Trek Titel, die ihr vielleicht noch nicht gesehen habt. Und wo wir schon mal hier sind, können wir auch gleich etwas Kontext zusammenfassen, damit die zukünftigen Videos etwas flüssiger gestaltet werden können. Wir schreiben das Jahr 2009. Der Kinostart von J.J. Abrams' Star Trek steht bevor und World of Warcraft dominiert das MMO-Genre. Während sich der neue Film in eine eigene Zeitlinie flüchtet, setzt SDO die ursprüngliche Handlung im Jahr 2409 fort, etwa 30 Jahre nach den Ereignissen von Nemesis. Das hält das Spiel aber nicht davon ab, gleich beides Box zu rekrutieren. Leonard Nimoy nahm in seiner Rolle als Spock Prime einige Voice-Lines auf, darunter Beschreibungen zu den Sektorengebieten, die der Spieler im Laufe seiner Reise durchqueren wird. Zachary Quinto dagegen lie einem MHM seine Stimme, welches als STOs Version von Tutorial-Mann agierte. Das ursprüngliche Tutorial warf uns gleich als frischgebackener Fähnrich in eine Kampfsituation mit einer Borg-Flotte, in deren Rahmen wir letztendlich das Kommando über ein entbehrliches Schiff übernehmen mussten. Dies funktionierte meiner Meinung nach besser als unser jetziges Tutorial, welches, ob man's glaubt oder nicht, noch viel dicker aufträgt. To be fair, der ganze Punkt des Spiels ist, dass du als Spieler der Kirk, Picard, Sisko oder die Janeway dieser Ära bist und dein Schiff das Heldenschiff mit einer Besatzung, die aus so ziemlich allem bestehen kann, was du dir wünschen könntest. Der Charaktereditor wurde seinerzeit hoch gelobt, der neben vielen bekannten Spezies auch die Mittel bereitstelle, um eine ganz eigene zu erschaffen. Allerdings hat er auch seine Grenzen, oft sogar sehr willkürliche. Meine aktive Zeit in Star Trek Online lag parallel zu meiner aktiven Zeit in Warframe, weshalb ich unter anderem mal auf die Idee kam, einen Charakter auf Basis der Lotus hochzuziehen. Nur um festzustellen, dass man kaum einem Kleidungsstück, geschweige denn einem das zur Rolle passte, eine so exotische Farbe wie Lila geben konnte. Nie will heute noch nicht in den Schädeln, wie man einfach einen Sechsel des fucking Farbkreises ignorieren konnte. Und so umfangreich der Charaktereditor ist, in Sachen Klassen ist er sehr beschränkt. Wir haben lediglich die Wahl zwischen taktischen Offizieren, Wissenschaftsoffizieren und Ingenieuren, welche die heilige Dreifaltigkeit aus Damage-Dealer, Healer und Tank darstellen sollen. Wissenschaftler ist hier gleichbedeutend mit Arst und an Hybridklassen versuchte sich das Spiel erst Jahre später mit den Spezialisierungen. Auf dem Boden funktioniert diese Klassenteilung noch einigermaßen, aber im Weltraum war von Anfang an deutlich, dass taktische Offiziere die beste Wahl sind, weil Star Trek Online eine sehr klare Damage-Meter hat. Man muss ja weder heilen noch tanken, wenn die Gegner einfach so schnell tot sind, dass sie dir gar nicht schaden können. Und selbst wenn, wir werden noch darauf zu sprechen kommen, wie schlecht das Spiel mit dem Tod des Spielercharakters umgeht. In den Weltraumkämpfen etwas anderes zu spielen, ist selbst wenn man es aktiv versucht, kaum möglich. Und trotz mehrerer großer Revalances änderte sich das im Kern nie. Allerdings war Cryptics Vorgehen hier ohnehin zweifelhaft, denn dieses delikate Thema wurde nie wirklich mit einem Skalpell, sondern nur alle paar Jahre mal mit einem Vorschlaghammer angegangen. Will heißen, in jedem anderen Service-Game würde jeder Patch ein paar kleine Änderungen an der Spielbalance enthalten, die für sich betrachtet nicht weltbewegend sind, aber das Spiel kontinuierlich in eine bessere Bahn verschieben. Hier findet und fand sowas nicht statt. Und das führte mitunter dazu, dass es nicht nur immer eine sehr klare Meta gab, sondern auch so Sachen wie der verwackte Damage-Modifier auf Waffen ein knappes Jahrzehnt lang nicht wie vorgesehen funktionierten. STO erschien zunächst mit einem Abo-Modell, war aber 2012 gezwungen, auf ein Free-to-Pay-Modell zu wechseln, da kaum ein MMO abseits von WoW mit der Abo-Marsche durchkam. Dies fiel auch zeitlich mit dem Erwerb von Cryptic Studios durch den Asia-Grind-Publisher Perfect World zusammen. Ich persönlich wünschte, das Abo-Modell wäre nicht zu unbeliebt geworden, da es durchaus schwerer ist, Kritik an einem zunächst kostenlosen Titel in den Augen der breiten Öffentlichkeit zu rechtfertigen, abgesehen davon, dass Abonnenten auch aktiv bei Laune gehalten werden müssen, während ein Free-to-Play-Titel in erster Linie die Erwartungen von Delfinen und Walen erfüllen muss. Der Rest existiert ja nur, damit die zahlenden Spieler Leute haben, mit denen sie spielen können. Man sollte aber auch anmerken, dass es schon zu Abo-Zeiten bereits einen Premium-Store gab und WoW seit Wrath of the Lich King ebenfalls schrittweise anfing, mehrmals zuzugreifen, wobei Blizzard zumindest den Extraschritt mit der Extra-Währung wegließ und die Preise so transparenter waren. Was das Setting anging, war das Spiel zu Release weitaus pessimistischer als jetzt, im Sinne von, die Kacke war richtig am Dampfen. Ausgangspunkt war hierbei der Countdown-Comic, der vor Star Trek 2009 erschien und weit mehr für die Charakterisierung von Nero tat als der Film selbst. Die Föderationen Kringons sind zunächst mal wieder im Krieg, mutmaßlich angestiftet aufgrund einer Unterwanderung der Sternenflotte durch Agenten der Undinen oder wie wir sie kennen, Spezius 8472. Dere Motive werden wir noch ergründen, aber hier wird sehr deutlich, dass Star Trek Online unbedingt wie World of Warcraft sein wollte, egal wie sinnvoll das tatsächlich war und deshalb brauchten wir unbedingt eine blaue und eine rote Fraktion, so wie die Allianz und die Horde in WoW. Die Klingonen waren zunächst kaum mehr als eine reine PvP-Fraktion, haben aber seitdem einige Generalüberholungen hinter sich, die sie zu einer vollwertigen Fraktion mit eigenem Inhalt machen. Nichtsdestotrotz kamen bereits sehr früh die ersten fraktionsübergreifenden Raid-Missionen, damals noch Special Task Force oder STFs genannt. Im Hintergrund würde die Fraktionentrennung aber noch vieles prägen. So konnte es vielleicht auch gar nicht anders kommen, als dass die 2013 hinzugefügte Romulana-Fraktion nicht wirklich eigenständig war, sondern erneut bei WoW abkupferte und die Pandaren imitierte. Nach Erreichen von Stufe 10 müssen sich romulanische Charaktere entweder der Sternenflotte oder der KDF anschließen und zur Enttäuschung einiger Spieler gab es auch nicht die Möglichkeit, statt der neuen romulanischen Republik dem Imperium die Treue zu schwirren und für den Tal Shia zu arbeiten. 2014 erschien die zweite Erweiterung, Delta Rising, welche es Spielern ermöglichte, die Spuren des Raumschiffs Voyager nachzuverfolgen und zu sehen, was aus einigen der Spezies, denen das Schiff begegnet ist, wurde. To be honest, ich hätte sehr gerne eine Serie basierend auf Project Full Circle, also der Rückkehr einer Föderationsflotte in den Delta Quadranten aus den Büchern. Wenn man dort das machen würde, was Voyager ursprünglich versprochen hatte, hätte die Serie vielleicht sogar etwas richtig Gutes hervorgebracht. Mit der Erweiterung kam auch die erste Erhöhung des Level Caps von 50 auf 60. Dies führte zu einigen Kontroversen, da der neue XP-Grind ziemlich mühsam war. Als eine schnelle Methode gefunden wurde, führte dies zunächst sogar zu Bands einiger Spieler. Bitterer war aber vermutlich der Umstand, dass mit dem erhöhten Level Cap auch eine neue Raumschiffsstufe kam, Stufe 6. Was bedeutete, dass all die Schiffe der Stufe 5, von denen viele alles, aber nicht billig waren, nun plötzlich überflüssig wurden. Zwar ließen sie sich auf eine Zwischenstufe upgraden, aber das war nicht nur teuer, sondern auch nichts Halbes und nichts Ganzes. Immerhin begann sich hier der eigentliche Plot des Spiels, mit den Iconians als heimlichen Strippenziehern hinter den vielen Konflikten, nach über 5 Jahren, in denen die Spieler nur ihre Schatten jagen durften, endlich zu verdichten. 2016 ging es dann weiter mit der wohl am meisten gelobten Erweiterung, Agents of Yesterday. Diese war im Grunde jede Menge TOS-Fanservice, aber auf die gute Weise. Föderationscharaktere konnten nun auch in der TOS-Ära starten und integrierten sich nach einigen eigenen Missionen, die in der zuvor erwähnten, aber nie gezeigten Schlacht von Caleb 4 münden, per Zeitreise ins frühe 25. Jahrhundert. Und dabei nahm sich ST auch den temporalen Kalten Krieg vor, welcher in Enterprise maximal fehlplatziert war, aber hier gut integriert werden konnte. Dies gipfelte mitunter darin, dass wir in der Schlacht von Procyon 5, welche wir in der Serie nur kurz durch das Fenster der Enterprise J zu sehen bekamen, teilnehmen durften. Sogar ein Abstecher in die Kelvin-Zeitlinie war drin, und nachdem es jahrelang als unmöglich galt, erhielten wir auch eine spielbare Kelvin-Conny und eine Late-Game-Version der TOS-Conny. Wobei auch hier wieder eine Kontroverse losbrach, denn die drei ikonischsten Schiffe des Franchise, die Conny, der D7 und der originale Romulanische Bird of Prey, steckten in einer Deluxe-Lootbox, und das ist bevor wir einbeziehen, dass Lootboxen ursprünglich mal nur all die Schiffe enthielten, die als reguläre Schiffe für die spielbaren Fraktionen unpassend wären. Also Alien-Schiffe oder zumindest welche aus einer anderen Zeit. Mit dem TOS-Start konnte man die TOS-Ära wohl kaum als solche bezeichnen. Zum 10. Geburtstag des Spiels kam zwar das Legendary Starship Bundle, welches neue Versionen aller Heldenschiffe einschließlich der Conny enthielt, aber dieses ist nur in ausgewählten Zeiträumen erhältlich. Dem Wiki zufolge liegt das letzte Zeitfenster inzwischen anderthalb Jahre zurück. Man kann rückwirkend betrachtend sagen, dass STO hier seinen Zenit erreichte. Die vierte Erweiterung, Victory is Life, erschien 2018 mit einem recht durchwachsenden Start und schien inhaltlich sehr überstürzt zu sein. Nach langer Zeit wurde das Dominion offiziell spielbar, aber während die Romulana-Erweiterung immerhin noch die Rehmana und Suliban als zusätzliche spielbare Spezies in den Ring warf, bekamen wir hier die Jem'Hardar und... bessere Jem'Hardar, was schon eine eigene Kontroverse auslöste. Das Dominion hielt aber auch so wenig eigenen Content, dass Jem'Hardar bereits auf Level 60 starten. Das Level-Cap stieg erneut, diesmal auf Level 65 und Ausrüstung konnte um eine weitere Stufe aufgewertet werden, was für die PR-Abteilung sicher toll klang, aber im Grunde nur noch mehr Powercreep bedeutete. Die nun noch offiziell spielbaren Cardassianer waren ohnehin lange überfällig, wenn man bedenkt, dass die nötigen Assets bereits für NPCs existierten und auch schon für Eigenkreationen verfügbar waren. Wir bekamen aber keine Worte, Karemma und schon gar keine Gründer. Die Chance, das Dominion und den Gamma-Quadranten mehr zu beleuchten, blieb ungenutzt und wie die Romulaner müssen sich auch die Jem'Hardar nach ihren ersten Missionen entweder für Rot oder Blau entscheiden. Ich habe am Patch-Day gespielt und das Ganze war so verbuggt, dass mir beim ersten Mal glatt der Fraktionswahl-Screen für die Romulaner gezeigt wurde, weil man das technische Grundgerüst dafür wohl wirklich 1 zu 1 kopiert hat. Ebenso wurde versäumt glaubwürdig auf den Beitritt des Dominions zur Allianz und zur Entscheidung, mal eben alle Jem'Hardar von ihrer White-Abhängigkeit zu heilen hinzuarbeiten. Manche Leute sagen, dass der Spielercharakter nicht davon abhängig sein durfte, weil das die Altersfreigabe des Spiels erhöht hätte, aber das hätte man auch umschiffen können, wenn man gesagt hätte, dass die Spieler-Jem'Hardar allesamt klinende Mutanten sind, wie wir sie auch schon in DS9 gesehen haben. Und auch dieses Problem hätte man umgehen können, hätte man nicht alles stumpf auf die Jem'Hardar ausgerichtet. Nach Victory is Life war dann der Punkt gekommen, wo man versuchte, die erste laufende Star Trek-Serie seit Release in die Handlung zu integrieren. Gute Ansätze waren vielleicht da, aber auch hier überzeugte der Start keineswegs. Anders als die bisherigen Erweiterungen war Age of Discovery eher eine fließende Angelegenheit, mehr ein glorifiziertes Oberthema für die üblichen Season-Content-Updates. Das Tutorial der Discovery-Ära-Sternflotte war eine etwas umgefärbte und verbuggtere Kopie des normalen Tutorials, es harmonierte alles nicht wirklich und noch heute gibt es für diesen Start nur Menschen, Vulkania und Eigenkreationen. Zum Vergleich, der TOS-Start hat die vier Gründerspecies plus Eigenkreationen. Und auch die Klingonen der Discovery-Ära, welche ich by the way nicht halb so schlimm finde wie die Schiffe, die sie fliegen, kamen erst später und bekamen keine eigene Geschichte spendiert. Einige Zeit nach diesem Punkt wird auch für mich alles neu sein. Ich hoffe nur, dass ich es dorthin schaffe, bevor Cryptic die Lichter ausmachen muss. An dieser Stelle kann ich euch aber schon mal unseren POV-Charakter für den Großteil der Missionen vorstellen, Lieutenant Commander Ryder, zukünftiger amtierender Captain der USS Everglade. Die fraktionsspezifischen Geschichten werden wir bei Zeiten entweder mit eigenen Charakteren oder mit ein paar meiner alten erleben. Da ich während meiner aktiven Zeit auch ein Lifetime-Abo erworben hatte, haben wir eine fünfstellige Summe an Premium-Währung zur Verfügung, die wir sicher sinnvoll einsetzen werden. Aber ich möchte definitiv vermeiden, mich zu weit von den Story-Missionen zu entfernen. Aber, um es mit den Worten von Harry Kim, den ärmsten aller armen Säcke zu sagen, auf die Reise. Wenn ihr ein Teil davon sein wollt, dann lasst den Algorithmus bitte wissen, dass ihr mehr sehen wollt. Interessant wäre zum Beispiel, ob es Patrouillen-Missionen gibt, auf die wir im Laufe der Hauptstory nicht aufmerksam gemacht werden, aber inhaltlich interessant sind. Vielleicht kann ich sie an passender Stelle mit einbeziehen. Darüber hinaus werde ich wahrscheinlich das meiste Gameplay im Stream aufnehmen und dann auf dem Zweitkanal hochladen. Dort ist weiterhin das Ziel, die tausend Abonnenten zu erreichen, damit ich es mir leisten kann, nicht arm zu sein. Patrons und Kanalmitglieder hatten aus dem früheren Zugang zu den jeweils neuesten Videos der laufenden Serien. Aktuell sind dies Glitchtale, Songs of War und nun Star Trek Online, sowie gelegentlich zu Behind-the-Scenes-Materialien und Dingen, die ich in endgültigen Fassungen nicht einbinden kann, ohne dass irgendein Bot meine Sachen claimt. Wie zum Beispiel das eine Mal, als ich Nachstellungen der Fokusgruppentests zu Das Erbe der Könige aufgetrieben habe. If you know, you know. Beim nächsten Mal stürzen wir uns jedenfalls ins eigentliche Spiel, mit dem Tutorial der Sternenflotte des 25. Jahrhunderts, sowie dem Klingon War Arc.